Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Creepy Pokémon im Lavandier-Turm. Wir haben genau hier Schluss gemacht, ähm, vor unserem Privalen. Hallo Orba, was machst du denn hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Also das ist aber echt nicht sehr respektvoll. Ich habe übrigens nachgeguckt, wie ändert seine Pose wirklich am Anfang sah er noch anders aus als jetzt. Also er wird schon arroganter. So, nein, wieso, äh. So, wir gewerfen jetzt Tauburga mit Münzen. Das tut ganz schön weh. Ja, wir waren da vordran. Sehr schön. Ja, und ja, dann ist er. Okano, wir wollen wechseln, ja. Ähm, hierhin. Ich muss sagen, das machte knapp die Hälfte. Ich meine, nach einer Aquaknarre stehst du eh nicht wieder. Oh, weil, ähm, ja, das kann Saliera für uns machen. Ja, das ist schon gemeint, wie stark wir eigentlich sind. Gut, denn jetzt kommt Enorm. Oh, da fährt man eigentlich auch noch meine Liste. Ich sehe gerade, ich habe immer noch einigen Leuten keinen Pokémon verpasst. Das ist noch vieles anders in Erinnerung. Ah, Mann, naja. Ich habe jetzt auch schon ein ganz viel Ballin hier mehr gespielt. Was unter anderem an dem, äh, sehr intensiven Week of Legends Wochenende lag. Es war nämlich hier so ein Event mit dem Pokémon-König. Und man konnte da seine Champion-Meisterschaft hochspielen. Und da ich eigentlich, also, nie die Möglichkeit habe, Mitte zu spielen... Okay, dann ist es halt blockiert, dann machen wir einen gepflegten Wechsel. Ähm... Mach du mal. Finde musst du dir doch eigentlich wehtun, weil Unlicht, oder? Ja. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Aber gewinnt 900 Koko, oder? Aber hier trauen dein Pokololle auf. Wie macht sich dein Pokédex, Nervensäge? Ich habe kürzlich einen Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Bis später. Okay. Also, mir hat man letztens erzählt, dass er hier war, weil wir angeblich sein Radikal getötet haben. Weil er besitzt seit dem letzten Kampf kein Radikal mehr. Hallo. Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Silphscope, um sie zu erkennen. Okay. Das heißt, ich kann hier noch gar nicht weiter. Verschwindende, böser Geist. Äh, Exorzistin Walburga. Ich glaube... Obwohl... Kinte müsste funktionieren, oder? Ja. Aber ich glaube, das war nicht sehr effektiv gegen Geist. Kann das sein? Okay, ich nehme alles zurück. Es ist sehr effektiv gegen Geist. Oh, der Geist ist verschwunden. Wie krass die Augen einfach nur gepixelt sind, ne? Einfach nur so vier... Äh... Ecke. Dreimal drei Felder. Und dann in der Mitte ein roter Punkt. Sehr liebevoll. Exorzistin Anastasia. Anastasia ist auch ein schöner Name. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, so könnte ich auch eine Tochter nennen. Wenn ich irgendwann mal keine hätte. Anastasia im Kunstartikel. Das klingt echt nicht schlecht. Oh Gott, dieser creepy... Oh, warte, da oben ist was. Ach, ich kann hier nicht rennen. Neben mir her gegangen sein. Okay, es wäre auch respektlos. Ich weiß, aber... Trotzdem. Ein Geist. Hau ab, verschwinde. Okay, wir hauen ab. Und der andere Grund, warum ich nicht viel aufgenommen habe, ist, ich bin wieder total im Ruby Flash. Das ist... Ach. Also, diese Serie ist einfach so gut. Also, die erste Staffel ist so na na, die ganze Genre-Arc, die geht ziemlich am Keks. Aber diese Entwicklung in der dritten Staffel, wow. Und jetzt ist ja vor kurzem dieses Grimm-Eclipse rausgekommen. Also, das Hacken-Slay-Spiel. Also, das Hacken-Slay-Spiel. Und ich muss sagen, es ist echt gut. Also, ich mag es sehr. Besonders jetzt nach dem... Äh... ...Combat-System-Update. Die hauen einfach wieder ab. Aber ich glaube, das hat keinen Sinn, hier weiterzugehen. Ohne dieses Silves-Go-Puppet. Deshalb, äh, gehen wir hier erstmal wieder weg. Das E-QI-PS-Fach hier. Aber sie haben das anscheinend in der Version hier entschärft, dass, äh, wir das Pokémon unseres Kollegen getötet haben. Oh, dann wollen wir mal hier raus. Ach. Endlich wieder flüchtig Musik. So. Ah. Schön. Weder Kämpfe. Welches Pokémon ist süß? Pummelig und kuschelig. Ich glaube, Pummelow oder Pixi. Böre Gerda. Oh, Pipi. Ja. Eigentlich ja. Pipi, Pixi. Sind wir mal nicht so. Gut, Pixi. Tschau. Riss Münze. Ach, ja. Nee, wir bleiben bei mir. Du kannst auch mal Münzen am Kopf schmeißen. Das ist schon so brutal. Können wir das vorstellen? Oh, nicht Gesang. Nee, das sieht's mir jetzt aus. So. Ich zieh ja nicht ein, das Meer schläft. Sei nicht so gemein zu, Pipi. Yay. 465 Pokodollar. Gut, dann müsste jetzt Zalhera als nächstes drankommen, bis Level 31 zu machen. Ich lasse jetzt Lady extra ein bisschen unterlevelt, damit wir die Pokémon einfach anfangen können. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Ich wollte erst lesen, wie ich heruntergekommener. Ja, das ist jetzt blöd. Aber Zalhera kann ja mehr als gut. Der macht jetzt einfach Kratzer. Kratzer. Ach Gott, der Ebene. Ich muss sagen, Wohlpix ist auch ein sehr, sehr schönes Pokémon. Und Volona erst. Also, ich hätte gerne einen Wohlpix in der Party, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben noch keins getroffen. Und die ja brennt. Was? Fuck. Den Jackpot habe ich noch nicht geklärt. Wow. Ich habe eben 2000 Pokodollar gemacht. Achso, ich wollte angeln. Und wir wollen... Warte mal, Leibverbrennung gar nicht. Doch. Aber es wird hier nicht so gedingst wie Paralyse oder Vergiftung. Irgendwo. So, ganz schnell. Ich gehe wieder weg. Oh, da ist der Schneider. Mal gucken, was es hier für Pokémon gibt. Äh. Äh. Oh, was sonst. Ähm. Die Lady ist gar nicht mal so weit davon weg. Wollen wir mal einfach mal pumpen machen. Ach nee, will die jetzt nicht mehr dauern. Das kann ja jetzt wieder dauern. Okay, das kann ja ganz viel weiter dauern. Okay, wir machen das doch anders. Mal gucken, ob es einen Zahltag überlebt. Okay. Wie sieht es mit Pinte aus? Machen wir mal Pinte. So, und jetzt wird die Pinte verschmeißen. Ja, ist jetzt auch Oberalm? Ähm, Pinte? Ähm, wir können ja noch mal puchen, weil wir haben noch ein Stück. Okay, mach mal einen Superball. Es gibt es ja gar nicht. Ähm, Lady? Okay. Also ich muss sagen, ich habe echt Pech mit dem Kontrollfang, oder? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin das nicht mehr. Oh, ja. Ja. Ah, jetzt sinkt das immer, ich muss sagen. Schläfe ist immer hin. Ähm, wo ist der Nummer, ja? Nein, jetzt ist es aufgewacht. Okay, wir grillen es. Mir reicht es. Wenn du nicht gefangen werden willst, blödes Corazon, dann stehe. Ja, ich verwote jetzt. Äh, dann ist eigentlich ein Pokémon. Lain hier an der ersten Stelle. Das ist nicht die erste Stelle. So ist die erste Stelle. Oh, ein Tusker. Das ist ja die, also, Mini-Anna-Form quasi. Also, Mini-Ex-Anna. Guck mal, das fangen wir sofort auf an hier. Aber, ich glaube, das lass es so. Wow, der Wasserspeicher in seinem Körper reicht für bis zu 30 Tage. Nee, wir möchten ihm keinen Witznamen geben. So, gibt es hier noch was anderes Spannendes, außer Tuskas und Corazons? Ja, noch etwas Spannendes. Okay, so ein Pact gibt es hier auch. Dann haben wir wahrscheinlich die drei Pokémon gesehen, die es hier gibt. Tot. Corazon wollte nicht. Wenn irgendjemand von euch ein Corazon sein möchte, dann, äh... ...gehe ich nochmal zurück. Aber, prinzipiell, wir kommen ja eh nochmal vorbei. Ne, wenn wir... ...in den Lavalier entkommen können. Ach ja, wir wollten ja Lady eigentlich nicht mehr drin. Deshalb... ...nein Lavalierer. Ach, Slime, ob das so heftig. Okay, aber Slime, er konnte nicht fehlen. Schlambach tut echt weh, ne? Ich habe verloren. Das ist so unlogisch. Naja. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das Käpt'n auch weh. Aber nein, das ist ja nicht so. Alldorf, die Worte tauschen. Äh, dann tausche ich mal euch beide aus. Das ist halt echt das wenigste Leben hier von den beiden, ne? Hm. Egal. Es geht ja bald ein Jurak. Klar, ein Supertrank. Alles ist klar. Und dann wollen wir mal... Hä? Die Kraft von Zwillingen ist fantastisch. Wusstest du das? Ach, im Übrigen. Äh, ich wurde gefragt, was denn wäre, wenn man in der Zweierkampf mit nur ein Pokémon eintritt? Die vier und Pumpe Luft. Süß. Also, ich würde schätzen, man kämpft dann mit einem Pokémon gegen zwei. Oh, ne, die. Jetzt steht da noch Zalhera. Fantastisch. Okay. Dann eben... Isaac und... Äh... Mia. Ihr beiden. Das dürfte ja jetzt gar nichts machen. Ja, dachte ich wohl schon. Äh, Finte gegen Pipi und Zalte gegen Pumpe Luft. Da. Brotreffer. Yay, Zalhera hat Level ab. Oh, Schuss. Ich finde das Geräusch, was Pipi macht, das klingt echt wie Pipi. Das ist schön, oder? Zwillinge Nora und Joe sind besiegt. Aber wir nutzen unsere Zwillingskraft, aber gewinnt 582 Pokodollar und hebt 155 Pokodollar auf. Warum lässt man Kinder mit 1000 Pokodollern rumlässt? Weil man verliert ja immer die Hälfte an Geld. Also, ich dachte immer, dass sie müssen so, dass die Hälfte an Geld ist, die man besitzt. So. Ich mach dann hier nochmal, äh... eine kleine Erfrischungskur und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.